Auch heute haben wir natürlich wieder unseren Preisalarm des Tages bei Pöll TV. Da haben wir heute was richtig Tolles und das auch noch zum halben Preis. Also wir haben einfach mal diesen Preis hier im Preisalarm halbiert für Sie. Es dreht sich hier um in Ihr Stereo Kopfhörer und die sind schon mal von der Farbe her, finde ich, richtig gut. Die sind einfach mal schwarz und für diesen Preis kann Musik hören. Ich kann meine Podcasts hören, Hörbücher, all die tollen Sachen, die wir auf Mobilgeräten und auf Tablets machen. Können wir jetzt hier drahtlos ganz, ganz einfach hören. Aber was ganz, ganz wichtig ist, die Klingenklasse. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir Musik hören wollen, dann wollen wir das auch richtig hören, da richtig mitgenommen werden. Wofür die natürlich auch super sind, die meisten Computer haben Bluetooth inzwischen, also Laptops glaube ich durch die Bank weg. Wenn man mal Videokonferenzen macht, da muss man nicht dieses große Headset mit dem Mikro. Bluetooth Headset in der Qualität hier für 6,49 Euro. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, wirklich ist hier der Preis. Aber wir schauen mal den regulären Preis an, bei den Kollegen mal zuzugreifen. Ganz, ganz tolles Produkt bei uns. Also am besten jetzt direkt hier zugreifen, gerne auch gleich mehrfach bis zu fünfmal ist es möglich. Für 6,49 Euro. Wahnsinn, wirklich hier unser TV-Sonderpreis für Sie. Die Bestellnummer für unser In-Ear-Stereo-Headset in diesem schicken Schwarz ist die ZX-1850 und natürlich die 569 einfach für sich selbst bestellen und vielleicht auch gleich mehrfach verschenken. Darüber wird sich auf jeden Fall jeder freuen.